Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Redguard. Ja, ist jetzt wieder ein Weilchen her, wo ich das letzte Mal das hier gezockt habe. Und die Frage ist, weiß ich noch, was ich eigentlich hier unten jetzt vorhabe. Also ich sehe, dass wir hier jetzt stecken geblieben sind. Komme ich noch mit der Steuerung klar? Okay, das war jetzt Waffe ziehen. Wie stecke ich die wieder ein? Mit S war das glaube ich hier. Ah, und da kommt schon der. Der Erste zum Kämpfen. Der steckt da aber fest. Immerhin. So, komm, jetzt. Okay. Das ging aber schnell. So, was haben wir denn da? Held, Pauschen und Gold. So. Dann gucken wir mal. Wo müssen wir überhaupt weiter? Wo geht es für uns hin? Das sieht so aus, als müssen wir da hoch. Ich würde aber hier lieber ein Savegame machen wollen. So. Erstmal zurechtkommen. Wie springt man nochmal ab? Hier war es mit Leertaste. Okay. Gehe ich mal von aus, dass wir so hier rüber müssen. Äh, was war das? Ähm. Da kommt dann dauernd irgendwas raus. So, okay. Da unten gibt es auch noch was. Okay. Ah, okay. Ich sehe schon, wir müssen hier wahrscheinlich runter und uns da festklammern. Okay, das hat geklappt. Das hat geklappt. Da vorne liegt aber auch irgendwas. Irgendjemand. Hier ist niemand. Da vorne ist auch niemand. Pick-up-Torch. Und pick-up-Gold. Und Search-Buddy. Der Journal von Bruder Kithril. In der erster Linie beschreibt eine Suche für Archmage Voha's Ring in den Kavernen unter Strauss-Machai. Diese letzte Partie zeigt viel. Ich kann die Züge in meiner Hälfte, eine Blöcke in der Kopf, die die vitalen Passagen verletzt. Oh, das Gash in meinem Seite weeps fast. Welche wird mich zuerst töten? Wund oder Toxin? Verdammt sie mit Patience. Und verdammt meine Brüder zu denken, dass ich die Ring hier finden könnte, in dieser nefariousen Dunkelheit, auf meine eigene. Aber sie hat das Rendezvous. Und ich glaube, wir sind aus dem Zeit. Mit dem Arschmage, wir sind ein Stück weit entfernt, um die Kräuter zu retten. Ich bin sicher, dass sein Körper hier ist. Ein Trick von Unterkurrenz, in der Zeit des Battle. Die Spiegel ist tief. Isara, ich hoffe, dass nichts mit Ihnen passiert. Ich höre die Goblins hinter der Tür. Oovula. 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 Sie kommen für mich. Ich habe dich verletzt, mein Lieber. Und der Ring ist nicht mehr nahe. Du musst hurryn. Die League ist tief. Die Empire ist tief. Die Schmerz ist tief. Die Schmerz ist tief. Die-Made haben die Schmerz im Hinterkopf. Die Schmerz aus. Die Schmerz ist tief. Ich habe den Ball gemacht, in der Schmerz. Die Schmerz ist tief. Das ist tief. Die Schmerz nimmt eine Schmerz. Die Schmerz ist tief. Handling Cross U, Ubula. Ok, hat sogar funktioniert. Weil Ubula habe ich in dem Text ein paar mal gehört. Deswegen dachte ich, das könnte Sinn ergeben. den haben wir ich hier aber lieber erstmal langsam die angst habe dass wir hier vielleicht in diese grüne grütze reinfallen so da geht es da geht es weiter okay alter alter schreck mich nicht so also das jetzt ist ok sollten wir jetzt gleich noch mal drauf gehen laden war von da wo wir vor uns stehen geblieben waren ich glaube da gab es noch was ich glaube da müssen wir noch mal hin nein ja wir laden noch mal hier so ne das war von da wo wir gekommen sind wir müssen schon hier hin und nochmal ubula sagen ubula äh so komm und looten 5 gold ok wenigstens können wir hier aber durchrennen jetzt ist nur die frage wegen der ein pflanze so da gibt es auch noch ein health potion das nehmen wir mit ist hinter mir noch jemand ich habe ich habe ich habe auf jeden fall noch irgendwo irgendwo laufen aber hier ist niemand nur unten sehe ich glaube ich noch was da zum sammeln ok ok dann würde ich hier jetzt ein save game machen wollen so speichern wir auf cyrus wieder ganz normal äh ja ich würde da gerne drauf ne nein nein hör auf äh und ich kann hier jetzt nicht gucken Ja, hörst du mal auf. Okay, das hat nicht funktioniert. Schauen wir mal, ob diesmal ein bisschen besser läuft mit dem Teleporter. Ah, okay, wir müssen schon eher hier von dem Ding drunter sein. Können wir auf dem drauf springen gleich? Ich weiß es nicht, ich mache hier jetzt auch nochmal ein Save Game. Das sieht ja nicht so aus. Okay, das hat nicht geklappt. Jetzt ist die Frage, wo müssen wir hin? Nicht nach unten. Nee, nicht zu weit drehen. Ah, komm! Cyrus! Oh, der springt wieder. Wieder falsch. Ja, aber wir sind hier, glaube ich, schon richtig. Nee, von hier kommen wir nicht nach da hinten. Ach, komm! Widow will man sich anstellen? Ja. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Hm. Aber ich habe so das Gefühl, wir müssen hier hin. Was ist mit dem da? Ich würde gerne wissen, ob wir auch den drauf können. Obwohl jetzt ist er weg. Ich glaube, wir müssen hier weiter irgendwie. Wie sieht es denn hier im Journal aus? Okay, Bo's Ring. Warte mal. Nee, hier Inventar war das. Äh, Dwarven Lore, Redguards History, Flora of Hammerfell. Wo haben wir das? Isaras Journal. Kiffels Journal. Wie konnte man den nochmal nutzen? Nee. Ähm. Wie war denn das? So, okay, aber können wir nicht weiter nutzen? Hm. Nutzen wir wieder mal das Schwert? Ich glaube, hier kommen wir nicht weiter, oder? Ernsthaft? Der will lieber hier sterben? Nein. Ich hasse manchmal den Teleporter. Benutzen wir das lieber erstmal. Vielleicht ist hier auch irgendwo etwas, womit ich das da öffnen kann. Und irgendwas müssen wir das Ding ja öffnen können, oder? Aber offensichtlich ist hier ja nichts. Ansonsten gehen wir hier einmal raus. Da oben ist ja auch noch einiges. Oh. Vielleicht können wir auch da einfach hoch. Wäre auch eine Möglichkeit. Ähm. Einfach mal hier hoch zu gehen. Dann machen wir hier ein Save Game. So. Da vorne gibt es ja noch ein bisschen was zu looten. Weil da aber so viele Heilsdenken sind, habe ich jetzt schon ein schlechtes Gefühl. Jo. Haben wir geschafft. So. Health Potion. Gold. Auch sehr viel. Wie viel Gold haben wir jetzt mittlerweile? 266. Wir können uns wieder einiges an Health Potions leisten. So. Und wieder zurück. So. Hier ist Save Game. Nur um sicher zu gehen, dass wir jetzt nicht nochmal drauf gehen und alles von vorne machen müssen. Hä? Okay. Anscheinend doch nicht. So. Wir machen aber so. Nur um sicher zu gehen. Was hat das jetzt eigentlich mit den Pilzen da unten auf sich? Wenn wir jetzt einmal so in Richtung Pilze springen? Bringt mir nichts. Das bringt mir auch nichts. Aber das da ist ein Pfeil. Das sieht so aus, als müssten wir die Pilze von hier unten nutzen. Ich glaube, da liegen wir daneben. So. Und noch einmal. Mal. Aber ich glaube, die Pilze müssen wir wirklich nutzen. Ja. Ja. Speichern. Safe. Die Pilze waren richtig. Und wir waren hier schon. Jetzt fühle ich mich doof. Hier muss es doch mehr geben, oder? Ja. Gibt es auch. Tatsächlich. Ja. Haben wir gefunden. Haben wir geschafft. Jetzt kommt's. Wir sind hier eigentlich. Eigentlich. Eigentlich gar nicht. Wir sind hier gar nicht durch. Da ist ja noch diese eine riesen Tür. Ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll. Hier hinter waren wir auch schon. Hier ist noch ein Torch. Noch ein Torch. Okay. Okay. Was muss ich sonst machen? Gibt es hier sonst noch irgendwie Wege? Hier. Das sieht aus wie ein Weg. Machen wir hier auch nochmal ein Save Game. Schade, dass ich hier jetzt keine Map von der Kaverne habe. Ja. Ja. Bringt es mich irgendwie weiter? Aha. Okay. Ähm. Ich muss halt irgendwie richtig landen. Okay. Wir sind aber hier. Jetzt kommt's. Hier dürfen wir gar nicht mal hin. Und jetzt? Unten sehe ich jetzt nichts. Doch. Hier unten gibt's was. Aber ich glaube den Sturz überleben wir nicht. Wenn wir hier jetzt runter springen würden. Ich habe doch irgendwo eine Taschenlampe. also eine Fackel. Okay. Den Sturz werden wir nicht überleben. Wie machen wir das dann? Aber wir haben einen Weg gefunden. Also wir haben einen Bereich gefunden wo wir noch hin müssen. Wo wir noch nicht waren. Versuchen wir es hier noch einmal. Ja schön diese Blumen hier. Die einen hauen wollen. So. Und noch. Ah. Hier wurde ich jetzt auch noch erwischt. Von denen. Nein. Nein. Ich werde an der Blume vorbeispringen. So. Mal gucken. Gibt es hier irgendwie einen Weg? Ja da vorne. Nein. Und ich darf alles unten nochmal machen. Ich habe da aber was gesehen gehabt. Okay. Vielleicht schaffen wir es aber dieses Mal von der einen Blume nicht getroffen zu werden. Die hat schon 25 Leben weggezogen. Abgezogen. Das war schon heftig. Dann machen wir wieder hier rum. So. Machen wir hier nochmal das Save Game. So. Einmal an der einen Blume vorbeispringen. Und der hat mich trotzdem erwischt. Wo war denn das? Da. Dann ein bisschen Anlauf. Und. Okay. Das schaffen wir nicht. Gibt es vielleicht... Jetzt hänge ich hier fest. Gibt es hier irgendwie sonst noch eine Möglichkeit da runter zu kommen? Schauen wir mal. Hier geht es ja auch noch weiter. Irgendwie. Irgendwie so machen. Keine gute Idee. Aber ich glaube das ist der Weg. Ja. Das haben wir. Ja. noch mal so gucken. Ist schon jemand hier? Ne. Noch nicht. Hier. Da ist schon der Erste. Der trifft mich aber irgendwie gar nicht. So. Wo ist denn der Nächste? Komm. Es sind aber schon ein paar viele hier. So. Na. Du bist jetzt der Nächste. Okay. Anscheinend. Jo. Potion of Ironskin. Nice. Das nehmen wir mit. So. Nein. Ich bin jetzt nicht das Schwert. Jo. Jetzt hat er mich auch noch erwischt. So. So. Das sollte helfen. Okay. Search buddy haben wir auch rum. Sonst gibt es hier glaube ich nichts außer jetzt von dem Dude. Da ist wieder so eine Blume. Diese Blumen sind heftig. Man muss schon auf das rote hier achten. Auf dem Boden. So. Ein Helfbund. Aufbauschen haben wir jetzt genommen. Hier müsste jetzt noch irgendwo einer rumlaufen. Von denen oder? Aber wir können jetzt mal speichern. Wir sind ja unten safe angekommen. Äh. Okay. Ah. Noch ein Torch. Helfbund. Und Ironskin glaube ich wieder. Diese Pilze gefallen mir aber gar nicht. So. Da vorne läuft noch einer. Das Spiel ruckelt ordentlich. Jo. Komm. So. Und. Jetzt setz dich hin. Du musst dich hinsetzen. Alter. Der scheint ein bisschen heftiger zu sein. So. Und. Looten. So. Ich höre hier aber noch irgendwo irgendwen rumlaufen. So. Ah. Nein. Hau noch in die Blume rein. Helfbund. Helfbund. Nehmen wir mit. Ah. 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 Das war jetzt mein Fehler. Ah. 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 gibt auch noch wieder was. Ah. 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 Das ist lustig. Man muss schon aufpassen wo man hinläuft. Ah. 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 Okay, hier kann ich nur runter. Und jetzt? Ach, hier sind wir jetzt. Hier war doch irgendwo das Käfig, oder? Ich mach hier jetzt mal ein Save Game. So. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir mal weiter. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao. Ich bin's, euer Max Deus. 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 Ich bin's, euer Max Deus.